Was macht das Ding? Sagt es die Zukunft voraus? Es wird uns Glück bringen. Michael King und Karl Mulden in einem aufwändigen Thriller vor ungewöhnlicher Szenerie. Das Milliarden-Dollar-Gehirn. Ein steinlicher Psychopath bedroht mit einem gigantischen Computer-Gehirn die Welt. Wer hat dir befohlen, mich zu töten? Ich hatte keine Wahl. Es war ein Befehl von dem Gehirn. Steh auf! Nein! James Bond-Produzent Harry Salzmann, bekannt für brillant inszenierte Action, produzierte diesen Spionage-Thriller in London, Helsinki, New York und Texas. Herr Glender, ich bin immer glücklich, Sie zu sehen. Fabelhaft, der sowjetische Geheimdienst stellt das Bedienungshaus. Das Gehirn sagt, die Stunde der Hache ist da und mein Computer hat bis jetzt immer recht gehabt. Ich liebe mein Vaterland und ich träume davon, dass ich dieses Land wieder stark mache. Stork! 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 Vielen Dank.